hallo meine freunde und herzlich willkommen zurück zu the infected heute ist ein kleines update kommen das 9.3 soweit mich jetzt richtig erinnert er hat es als mini update deklariert aber es sind schon ein paar gute änderungen drin wir werden jetzt die patches hier verfolgen so lange hier herumzocken im game auf jeden fall hat das der mineral extraktor arbeitet recht brav auch wenn auch ein bisschen zart wenn man mich fragt gut was macht unser update was macht es toll was macht es nicht toll das schauen wir sich jetzt an so hier sind wir update mini update 9.3 ich habe das jetzt so gemacht weil er eben mal darauf angesprochen worden ist damit die es gibt ja auch übersetzungs tools etc das deep learning teil habe ich auch offen oben offen dass die pl übersetzer aber ich finde es so hübscher weil ich das video einblendet habe jetzt mit google seiten übersetzer man kann ja hier dann problemlos originalsprache anzeigen aber ich habe die übersetzung mal überflogen sie ist bis auf einige wörter gar nicht so schlecht also lassen wir es mal überhaupt salat lassen wir es mal und gehen es mal an also was schreibt der typ hallo allerseits das ist das letzte mini update vor der 10er version was immer da auch großes drin ist ich freue mich darauf ist ein großer versionsprung dann vielleicht irgendwas tolles drin größtenteils geht es in dem hier patches um fps gesamtleistung des spiels beginnt aber auch andere sachen dabei das ist nämlich das coole dran also beginnt einmal hier wir haben die erste änderung ist jetzt hier unten schon das video die typen können sich jetzt wortwörtlich aus dem staub machen eine änderung optimierung des kai verhaltens steigerung der spielleistung okay das sieht man jetzt nicht wirklich gleich dann das war eine sinnvolle änderung sogar leistungsoptimierung die kai gegner im dorf werden erst geladen wenn man in die nähe des dorfs kommt und nicht beim spielstart das ist ja natürlich gut ne beim laden ja ja beim spielstart beim laden start ja ist das gleiche ist bei mir das gleiche also das ist schon mal gut dass sie jetzt geladen werden wenn ich hinkomme weil dann lädt das spiel ich die ganzen gegner die eigentlich nur sinnlos an rumstehen irgendwo und rumdümpeln das ist ja schon mal gar nicht schlecht jetzt muss ich aber geschwind noch sehe ich manchmal nämlich nicht da unten das overlay okay dann hinzugefügt bei die bambys das wird uns jetzt alle betreffen die haben neue verhaltensweisen und fähigkeiten entwickelt die zu ihrer einzigartigen natur passen was immer das auch für eine einzigartige natur ist aber soll so sein der wami kann jetzt ausweichen besser oder entscheidet das dann irgendwie so wasser macht da steht wenn da war mit dem spieler kämpft besteht die möglichkeit dass er sich zurückzieht um sich selbst zu heilen schlecht dann kann ich nicht mehr einfach klopfen und sie sterben dann gemütlich weg sie können weg springen weglaufen oder neue teleport mechaniker das ist ja der teleport mechaniker einsetzen um die reichweite um sich aus der reichweite zu bringen dass sie sicherheit sind also das ist jetzt hier in dem kurzen video wo sie mal seht so ich habe angst fatsch weg ist er ja im prinzipiell einmal macht macht es ein bisschen interessanter ich finde nur die häufigkeit wie es bei wunden zufügen ein bisschen heavy weil immer wenn die einem die treffen bei jedem zweiten schlag und kriege ich eine wunde wo ich wieder den medizinverband brauche ich glaube aber eigentlich ich hoffe dass das ein bisschen runterdreht wird dass sie sich ab und zu abkriegen ist ja klar aber nicht das ist ein bisschen häufig aber ok dann die wambys können jetzt auch wie ihr hier seht beobachten da steht eigentlich jetzt nur der hockt sich da irgendwo hin oder bleibt auf distanz beobachtet mich und entscheidet dann ob er mich angreift oder nicht das ist zum beispiel ein übersetzungsfehler sich zu engagieren ist nicht gerade die gute übersetzung aber gut oder ob er sich zurückzieht die frage ist nur was macht er wenn er sich zurückzieht geht er dann einfach im wald weinen oder was tut er dort irgendwas muss er ja machen ja vielleicht geht er dann spazieren eine runde keine ahnung jedenfalls die zwei sachen werden uns gleich wenn wir spiel wieder laden und starten begegnen also jedem von uns weil das einfach auffällt dass die typen auf einmal nicht mehr starr stehen bleiben und sich hauen lassen sondern auf einmal flutschend weg machen werden wir mal sehen wie lästig das jetzt wird weil bis jetzt waren sie ja recht easy zu killen eigentlich schauen wir mal ob das jetzt irgendwie sehr lästig wird aber gut dann haben wir noch sonstige änderungen und ergänzungen die sichtbarkeit vom schneestürm wurde verringert hat mich gar nicht so gestört bis jetzt falls das schon einer war die schneeflocken und alles aber es stört auch nicht nebel dringt nicht meine spieler base ein sollte es so sein das wäre praktisch weil wir hatten ja schon nebel in der base das ist ein bisschen sehr lästig dann vielleicht noch ein bisschen im umkreis vom haus jetzt nicht weit so gefüllt fünf meter auch ein bisschen weniger wäre auch cool weil ich da meine werkbänke und alle stehen habe draußen die sägetischen so stehe ich dann auch immer im finstern rum was sie dann trotzdem weiter nicht dann haben wir noch das bedienfeld liste jetzt die anzahl der einzelnen stromquellen typen auf habt noch kein bedienfeld wurde aber angeblich von spielern gefordert dass man das sieht die wichtigste erinnerung ich habe es beim ersten let's play bemängelt ich habe es dazwischen bemängelt und ich werde es auch weiterhin bemängeln wenn sie es nicht gescheit geändert haben dass in unmittelbarer nähe des spielers beim spielstart ich glaube die übersetzung ist da ein bisschen blöd ungeschickt nennen wir es mal so fresh games will spawnen extra ration of sticks and stones in close proximity to the player ja ja das stimmt bei fresh games also beim neuen spielstart dass dann im endeffekt mehr stöcke und steine rum ich habe das ja lange bemängelt dass überall steine liegen ich kann aber nur den einen kleinen super bestimmten stein aufheben und nicht den anderen scheiß stein daneben oder den stock der vom baum abbrechen genau nicht ich muss den nehmen der irgendwo da am boden rumkugelt wenn das jetzt besser ist okay gleich mal ein kritikpunkt bei alle gangen der mich zugegebenermaßen doch genervt hat dann änderungen und spawnliste der beutegegenstände des dorfes okay was ist das im englischen eh auch das da steht da genau weiß ich jetzt nicht was er da gemacht hat die verderbzeit von rohen und gebackenen kartoffeln wurde auf zwölf stunden erhöht praktisch muss ich noch mal kartoffeln machen eine habe ich ja schon mal gehabt zwei aber das ist natürlich auch gut dann spieleinstellungen wurden hinzugefügt das ist jetzt wieder so nicht game changing eigentlich ist es game changing aber es ist im effekt Sachen hinzukommen dann wegen die jahreszeiten um die gehen sie mal ja ich verrenne mich verriet mich da schon wieder in 1000 sachen man kann sich beim laden vom spiel steht da erinnereien geben oder auch beim neu beginn des spiels standardmäßig ist ein monat im spiel 60 minuten man kann die zeit jetzt anpassen man kann es aber nicht niedriger drehen ich habe das mal schaut dass ich habe 60 120 et cetera gibt es da aber nicht dass weniger wird du kannst auch jetzt entscheiden ob du vier jahreszeiten haben willst im spiel oder nur winter und nur sommer das nur winter ist meiner beinahe nach hardcore modus dann weil wie drunter auch der schön schreibt wenn es nur winter hast kannst du beispiel nicht fischen weil das wasser immer gefroren ist finde ich ziemlich hardcore dann eigentlich weil man macht sich selbst eigentlich relativ schwer aber gut manche leute mögen es hardcore das warum auch nicht das jetzt dann unter dem screenshot habt ihr das jetzt hier die monatslänge zum beispiel und die vier seasons darunter und sonst gibt es in dem patch hier nur backfixes wie dead scorpion das manchmal harvest fuchs gestanden ist und sonst wie ich mir das anschauen sind das nur bautechnische änderungen tierisch meist nicht mehr der gegend rum wenn es sich rahmen ist dann ja auch sehr praktisch und Das habe ich schon gehabt da fliegst du mich wurschön in der gegend rum und wenn sie sich ganz blöd erwischen dann fliegst du über eine kleine klippe oder allgemein hoch und bricht am bein sehr toll dann vor allem im kampf ja übersetze kann es anpassen auch verschiedene anpassungen bei ausrichtung gebäudesystems ja ja okay na das war's ja mal sofern dann haben wir mal hier die patch notes von 3 äh 9.3 nicht 3.9 äh das ist im endeffekt finde ich für ein mini update ich weiß ja nicht was der unter mini versteht aber ich finde für ein mini update das doch recht recht große änderungen weil die wambis ja dich eigentlich das ganze spiel begleiten und wenn die dann schwerer zu bekämpfen sind finde ich das eigentlich recht groß wenn das bei ihm schon mini ist das alles möchte ich mal wissen was bei dem groß ist aber gut das werden wir sich auf jeden fall anschauen wir werden im nächsten part gibt es eine kleine ankündigung von mir der nächste abgeloadete part oder der vor dem part das weiß ich jetzt nicht genau das überlege ich mir die upload reihenfolge dann gibt es wieder ein gameplay von infected dann spielen wir rum wir haben ich habe was tolles baut nämlich man toll ich habe eigentlich so ziemlich stümperhaft einfach nur in der gegend rumgelaufen ja richtige seite ich habe hier unten hier unten nämlich ein kleines häuschen hinbaut letztens auf video da weil unten man sieht dann die steine an der oberfläche wenn man es abbaut was die nämlich und mit g kann man das dort einschalten danke für den tipp das ist extrem hilfreich derjenige den ich mein weiß es ich tue leider nicht so schwer mit namen merken müsste ich jetzt nachschauen aber danke 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 mein lexikon mein user lexikon sagen wir so der weiß ja wirklich alles von dem game finde ich cool hilft nur sehr danke danke und da unten habe habe ich eben gesehen dass da unten bei dem der spitzhacke aluminium ist und ich möchte aluminium abbauen dass ich das irgendwie mit komischen mineral extraktor bis automatisieren prinzipiell bin ich jetzt einfach nur hingerennt habe da immer wieder von kleinigkeiten aufbaut wenn man einmal gestorben und sonst sage ich das war war kein video wirklich wert sagen wir so ich bin da einfach hingegangen habe jetzt mein haus aufbaut so weit war ich glaube ich bin ja nicht fertig hier meine kleine hütte das habe ich braucht für das bauern der andere bild mich halt wo verkrümmeln kann kisten fürs aluminium dann wo ich dabei anscheinend schon wieder alles andere lagert ich werde vergessen gehabt habe so wird denn werde ich jetzt aufbauen dann machen wir nach meinem nächsten part werden es allen in gott hierher schleppen das wird dann nägel und schrauben sind jetzt nicht das große problem und so Mensch der das spiel und der der die sprache geändert man da der auch windows fullscreen wieder aktiv also sowas dass das für die chance nervend wenn er das macht da gut ich ändere die sprache dann mal wieder retour und vor allem weil er auch das ding geändert hat weg windowed mode aber gut ok na dann siehst du schon ein ausblick wie es weiter geht der apropos ausblick dahin zieht man schön aufs meer ich weiß gar nicht wie weit ich da rennen kann wenn es gefroren ist ob das sieht man so wie aller wallheim aus ist und ich fall runter oder ich will es nicht probieren ich werde es mal probieren ok na dann sehen wir sich im nächsten part danke ich hoffe die patch notes haben euch geholfen und oder ersparen euch das lesen mit ein bisschen rumprobieren und rum erklären macht es ja noch ein bisschen mehr freude abo like comment meine freunde nicht vergessen wir sehen uns beim nächsten mal bis dann gesund bleiben und ciao auf 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 auf